Da könnte man ja wieder was anstellen mit Fuse. Aber diesmal wird keine Geisel draufgehen. Und damit an andererseits ein Willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wo sind die Gegner? Tief für die Dutzendung. Ritter im Rettungsbereich. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nicht gerade. Ob man da rüberfahren kann. Vielleicht über Kreuz? Über Kreuz. Mord, sie haben... Oh ja, Käfer, Symbol. Ist mir zu bunt. Ich hab nur gehört, wie er das hingeschossen hat. Kurve! Ah, wie die immer so langsam die Drohnen in den Kurven sind, wenn man springt. Naja. Einsatz in fünf Sekunden. Kommt der denn jetzt her? Bitch, die haben wir noch. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position. Genau den. Stehen bleiben, sonst werden wir markiert. Und wo hat der jetzt angeschossen? Auf der anderen Seite, glaube ich. Klang so nah hier, oder? Ja, ich glaube, ich hab's verletzt, ich hab's... ja, verletzt. Jetzt ist's tot. Ach, da liegt noch was. Jetzt nicht mehr. Also doch schon, aber jetzt... Die ist hier unten, in der Ecke, beim Gittergang, kommt jetzt zur Küche vor. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Bombe entschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Geht jetzt Wendeltreppe hoch aus dem Ketter? Es ist Tierhom, okay. Wenn du oben entschärfst, immer schön auf den Tischen, weil dann kannst du dich im Nitro nicht von unten klingen. Zu dicker Tisch. Außer bei dem hinten, wo ich vielleicht drauf stand, weil der, glaube ich, kaputt geht. Oh, wie bin ich dir hier. Am besten ein bisschen Klebstoff mitbringen. Haben dann Schärferpappen und wenn das Ding aktiv ist, in die Decke kleben. Dann hat die ganzen Airjabs und Elamin zusammen. Nicht empfangen, da waren wir schon länger nicht mehr beim Angriff. Parade. Achtung, die Drohne hat eine Bombe. Fast seitlich. Oh, wirklich, haben sie noch. 10 Sekunden bis Einsatz. 5 Sekunden bis Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Klavier scheint jemand zu sein. Da war offen. Wo ist denn unser EMG-Mann? Beim Terminschiff. Der letzte Sound beim Nachladen beim LMG ist komisch. Haha, da die, da die. Wand aufgesprengt und dann kommt eine Kralle nach draußen. Hups, durch. Da war doch gerade noch eine Wand. Feuerschutz! Lade nach! Oh, jetzt. Oh ja, dann füße ich da mal hin. Was haben wir denn hier? Jemand zum Fusen. Das ist bloß auch noch mal weg. Das Schmeiß-Auge ist auf dem Auto. Schreit wer hinterm Auto? In der rechten Ecke. Ich habe ein EMG-Mann. Alles sei es. Auge haben. Hutsch. Er hat versucht eine... Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Oh, die ist tot, die Mina. Ah, beim Wendeltrepper automatisch jemand kommt. Gäbe Treppe jetzt in den Klavieraum. Klavieraum. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ah, nein. Eigener Trupp neutralisiert. Weiß nicht, warum... Warum musste er mit dem Entschärfer da hinten zur Küche hingehen, ey? Ach, das ist echt... Ich weiß nicht, wie doof man sein kann, ey. Am besten am Auto an der Schnauze entschärfen. So auf Radhöhe. Halt einfach vorne, direkt am Tor. Die Bomben schützen. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Die macht jetzt nicht die Lücke der Küche auf. Ich glaube, die hat bloß eine Drohung. Rote Anzeige. Wands verstärkt. Zehn Sekunden. Diesmal auch eine blöde Schakal. Es bleiben fünf Sekunden. Bombe vom Gegner entdeckt. Kamera positioniert. Heizabstand halten. Tür verbarrikadiert. Ein Gart präpariert. Nicht in den Explosionsgangs kommen. Kein Mami. Störsender aktiviert. Die Elektro-Kralle ist an. Drei draußen. Ne, sogar vier. Das vierte konnte ich nicht sehen, aber hören. Das war's nicht gut. Das war's nicht gut. Mach beide Seiten auf, Garage Ja, komm, Cardi, genau Oh Gott, das geht schief Tschüss Ah, Alter, ist das zwar nicht dein Ernst Der Mieter ist draußen noch Ich sehe ihn und treffe ihn noch Gegner eliminiert, Mission erfolgreich Wir sind da mal ja schon wieder Die Bomben sichern Standort der Bombe in Gefahr Entschlacken klar Komm schon Boden verstärktes Wertschlöckmann, der ist ohne Du hast versteckt den Boden, okay Ich hab gefragt, ob die andere Luke zugemacht wurde, aber hier war ja bloß, gab es schon mit oben Ich hab zwei Luken zugemacht Beide Lukeen oben noch zu Oh Gott Ich renne lieber Ich bin hier in der Position Jana Jana Jana, Holocam, gerade kaputt Ich brauche doch bestimmt Granaten hier rein Da ist die Jana Die schießt Gott nix Hüfte jetzt runter Ah, Klavier ist hier mal drin Granate Nur beschossen hinterm Klavier Äh, hinter dem Pult zum Rednern Rednern Jetzt hinterm Klavier Ach, hör auf Ach, so, klar, ey, diese blöde Spielerei Motogramm jetzt beim Empfangen Kaputt Steht rechts neben der Tür Kommt jetzt rein Gelber Peer Man Klar Plötzlich hat er aufgeschlossen Komm, bitte kapsch Bitte, bitte, bitte Jawoll Wie ich hinter dem bösen Auge noch ein böses Auge-Beweggeräusch höre Als ob da noch ein böses Auge hinter dem bösen Auge wäre Wollen sie kapschen nochmal Jawoll Und sie hat den Entschärfer bei sich Uh Da draußen Ich merke ihn, wer noch im Couch Piu, Piu Schein Entschärfer drin, 30 Sekunden wird eng für Bug Wieso ist hier ein böses Auge-Beweggeräusch zu hören? Das eine kannst du noch bewegen, aber kannst nix sehen Ah, das Geräusch wird noch ein bisschen rüber Oh Oh 15 Sekunden 10 Sekunden übrig 5 Sekunden übrig Du darfst das nicht schaffen Oh, nein Was machst du denn? Mission gescheitert, eigener Operator gefallen Was ein Lotscher Der schwingt sich auch noch rein Ja Das ist angreifbar Weiß nicht, was ja da so rumrennt Ich bin dagegen Mal gucken, ob ich das jetzt besser hinkriege mit dem Garagenschub Die Bomben sichern. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Die Lootkennen sind zu. Garage ist auch zu. Nur noch 10 Sekunden. Es bleibt 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Maverick wohnt auf. Na komm! Mann, du blöder Warden, Alter! Bleib doch auf der Treppe und... Oh Gott, er ist aufm Maverick. Ja, toll, ey. Dieser Arsch von Warden, ey. Ganz ehrlich. Ich kann dir nur sagen, wann jemand kommt. Okay. Ist schön. Ist noch einer über mir. Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. Ist drinnen, ist drinnen, rechts, am schwarzen... Ah, ja. Dann doch schon soweit. Ich bin weitergefallen. Hätte Warden einfach da... Hätte Warden einfach da... Auf der Treppe gestanden und die Tür... Auf... 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 Aufgepasst, ey. Dass keiner reinkommt. Ach nee, er muss ja auch unbedingt... Umher hin und spielen und schießen. Er ist... Amig. Er ist großartig. Es ist großartig. Aufgepasst. Im 50- Untertitelung des ZDF, 2020 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 ... Das war's für heute. die heißt Matschkuchen. Matschkuchen? Hm. Okay. Sieht ja aus wie ein Zermatschterkuchen. Nee. Der war bloß Dreck im Gesicht. Mhm. Kuchen ist doch kein Dreck. Er hat aber... Er hat, er hat, er hat. Wer will doch mal, wer hat noch nicht. Ganz schön bunt, die Waffe von Ace. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Die Kartenraum ist zu leise. Ich weiß es nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Na, dann muss ich etwas runter plümsen. Lässt an mir. Pokerraum. Nein. Nein! Kaschle. Klash. Und Ella? Das weiß ich nicht. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Ich hab nur Klash gesehen. Und die markierten. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Oh, jetzt kommt Flores. Jetzt kommt Flores. Jetzt ist es vorbei. Geisel gesichtet. Freigabe für Einsatz erteilt. Auf der Treppe ist schon wer. Bei der Lounge. Unmöglich da rausrennen. Ja, Doc ist oben. Hat mich verletzt. Ich weiß nicht, wenn du hier wieder belebst, dann bist du zu sehen. Wobei, in der Hocke. Spritzmann könnte jetzt mal spritzen. Halt mir den Rücken frei. Flächen legen. Danke. Das ist eine Soße. Da hat einer ein Loch reingeschlagen. Ja, da war ganz schön offen. Ja, da hat einer voll. Ja, da hat einer voll. Ja. Ah, nein. Das kam da raus, wo du bist. Treppe runter, äh hoch. Nee, nee, der kam aus dem Raum. Raum? Hier ist ein Raum? Ja, aus dem Casino. Achso. Beim Flo hier. Ah, nein. Ja, nein. Jetzt Clash in den Kopf schießen, das wär's. Hm. Eigener Druck wurde eliminiert. Was ist denn hier los? Heute noch keine Polizei und auch noch kein Cheater. Was ist denn da los? Die kommen jetzt nicht mehr hier zu uns. Weil wir immer melden. Die wissen das. Petzel, Petzelese. Die haben einen Cheater für die. Die sehen das. Die melden, immer die melden. Kartenraum ist auch wieder viel zu leise. Ja. Ja, hier. Cafeteria. Oh, gleich runtergeplumpft. Ist das für ein dicker Hut, Maestro? Geisel gesichtet. Benet. Ach, hier mit seinem Römerding. Mit der Windbremse. Benet, haben sie auch noch. Wann geht das? einsatz in fünf sekunden erfreut sich der pack das jetzt loslegen kann grünes licht für geisel evakuierung mal gucken ob der jetzt raus geht hinten im gang ist einer vom casino auch mann wer schießt denn jetzt noch davon hinten ganz schön los die schüsse da aus der wand kommen oh 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 Machst du dich noch mit zurück? Nee, muss ich Läsion machen. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Die Gegner haben Hinweise zum Standort der Geisel. Auf Kontakt vorbereiten. Zack, zack, Kamera ist weg. Ich muss nachladen. Türscher haben sie. Jetzt komm halt der hier rum. Scheiße. Dramatisch. Dramatisch. Das ist schon schief. Mein Gott, wer schießt denn also dem? Ich hab mir vorbei gemein. Das ist doch nicht dein Ernst. Die Kamera ist weg. Ach nö, von hinten. Diese blöde Thunderbird, Alter. Das war's. Untertitelung. BR 2018 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 Zum dritten Mal hat schon diese Karte und dann schon wieder Geisel zum zweiten Mal. Stöcke, da stecken Stöcke drin in den Betten. Brauchst du brauchst ein WC, frische Siegel? Nee. Dann wähle den Gurkenlennart. Nee. Keine Uhrzeit beim Chat. Keine Uhrzeit beim Chat. Man, jetzt will ich wissen, wie spät es ist und dann sowas. Kann man auch nix finden? Wie doch? Wie doch? Nee. 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 Ja. Nee. 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 Der Geisel ist sicher. Wand verstärkt. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Rät scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Eingang präferiert. Miss in den Explosionsradius. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Toll, jetzt stinkt es auf den Klo. Oh Gott. Ne, gehe ich wieder. Zugangssperre scharf gemacht. Achtung, die Gegner haben Sicht, kommen ganz zu Geisel. Was? Entfernt? Zugangssperre. Beim Lager kommt wer an. Wo hänge ich denn? Er ist im Lager. Einen Lebenspunkt noch. Oder zwei. Weg, kackt man. Weg, kackt man. Ein Gegner verbleibt. Weg, kackt man. 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 Na, na, na. Nicht, dass das der Gegner noch sieht. Geht jetzt zum Lager. Gegner zum Lager. An der roten Treppe unten. Ist jetzt wohl im Lager drin. Aber das zu schätzen war es. Nur noch 15 Sekunden. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Gut, dass ich noch nicht alle verbaut habe. Immer eine Panzerplatte in der Hosentasche. Ein Außenfenster hat sich Mavik dann noch auf den Boden gelegt, da ich ihn trotzdem zu sehen gewesen. Stand der auf der Straße unten? Ne, der hat sich... Ne, das, äh, wo du auf dem Vordarf stehst. Die Geisel muss beschitzt werden. Das eine Außenfenster. Genau, sicher. Wand verstärkt! Danke, da. Nadeln sind bereit! Standort der Geisel in Gefahr. Angriff steht direkt bevor. 5 Sekunden. Standort der Geisel in Gefahr. Abstand zum Anschluss bereit machen. Abstand halten. Hey, ihr Spaß wirklich muss ja auch noch vorbei. Oh, oh, der macht gleich auf. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Mavik haben sie wieder. Pannet ja wieder das Fenster auf. Mh. Direkt scharf gemacht. Tür im Auge behalten. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Welches tut? Reitscharf gemacht. Tür im Auge behalten. Nein. Osa haben sie noch. Ja, Mann. Am Fenster? Osa am Fenster, ja. Da sind es aber zwei. Irgendwie von oben, glaube ich. Schade. Was kommt jetzt hier da? Ach, der macht schon, okay. Ich gucke dir das Fenster bloß und... Ach, der macht es. Ich gehe weg. Ah, die sind beide da, die letzten. Wenn hier jetzt ein Fenster wäre, könnte ich rausspringen. Das geht bestimmt schief. Das geht schief. Naja, ich gehe nicht raus. Das ist doof. Das ist wie zu weit, der Weg. Oh, diese Grisseltreppe. Nein. Ach, was? Ja, ich sehe bloß die Waffe, oder was? Ich gehe nicht raus. Was? Wow. Im Klo ist er rein. Finka? Äh, Leon. Ja. das ist rosa so geht's auch die Mission ist erfolgreich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine Partie spiele ich noch. Nee. Na, doch. Nee. Na, doch. Na, doch. Na, doch. Na, doch. Ja. Modusgeschichte wechseln. Nee, 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 nee. Nee. Ja, musst du. Ich will nicht hier schön bei der Reihe bleiben. Ah, nee. Ja. Kannst du hier nicht machen, was du willst. Na, doch. Na, doch. Nee. 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 Ja. Nee, nee. Amen. 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 Und Ubisoft ist ja wieder richtig flink. Ach, geht auch. Cool, da kann ich die Geisel im Großraumbüro füßen. Dann mach doch mal. Habe ich schon letzte Woche Freitag gemacht. Dann jetzt nochmal. Ne, nicht so oft hintereinander. Ein bisschen Abwechslung. Langweilig. Abwechslung kann doch jeder. Ja. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Lade neues Magazin. Finger weg, Brenner. Ganz sicher. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Über den Tröner. Die Schilder Drohne hat geisel lokalisiert. Stellung sicher, unser Angriff abwehren. Razerbloom geht raus. Wart ist verstärkt. Razerbloom geht raus. Alarm ströner, dann bleib ich mal drin. Malkalzin wird geladen. Die haben Nomad. Und da drüben ist Timic. Aha. Der letzte, der mit mir noch drin war, ist weg. Der letzte, der mit mir noch drin war, ist weg. Warum? Einfach so. Ein kleines Andenken. Die Asch. Die Asch. Die Asch. Die ist weg. Die Asch. Ja. Du hast. Die asch. Die Asch. Die Asch. Die Asch. Ah, einer auf dem Oberlicht. Auf dem Oberlicht. Spritzt man Hilfe. Er hat nirgendwo hingesuppt. Maverick, Dach, Oberlicht immer noch. Schmeißt Granaten. Bleib der Arsch. Oh, ich hab mich getroffen. Das ist nett. Das hält sich jetzt. Fünfzehn Sekunden noch. Zeit läuft in zehn Sekunden ab. Schafft er doch niemals. Fünf Sekunden noch. Nein, da ist er rein. Scheiße. Leider keine Zeit mehr. Blüpp. Der Draußenhüpfer wird gezeigt. Jetzt hab ich das Loch vergessen. Das scheint... Ne, gib mir Alibi. Ne, ich hab Alibi. Gib mir Alibi. Was hast du denn für eine Herausforderung? Die gibt's gar nicht. Mann ey. Geht da eben was schief. Genau. Was auf Waden bringt dich jetzt dafür um. Wieso? Der macht's einfach... Okay, Kapkan halt. Aber der Spieler halt. Der Warden ist nicht mehr da. Also kann Warden mich nicht mehr umbringen. Ne, der Du, der schafft das schon. Ne. Der Du. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Mal den fetten Arsch dir weg, die Mira. Kapuja, sagt sie da zu dir. Du Kapuja. Der März war da. Die Wand ist gesichert. Fünf Sekunden noch. Hinterhalt gelegt. Sicherheit am Tag halten. Die Position der Garten ist sicher. Fäsch ist wohl. Fäsch ist wohl. Einer hat den Püder geschluckt. Spittergranate! wieder rumeiern oben beim konsolbüro sind zwei ich starte die Show von der Wendeltreppe kommt wer einer ist direkt an der Wendeltreppe mindestens oh später sehe ich nichts mehr nicht so gut da ist was noch einer auch wo denn an der Geisel was für ein Rabatz was hilft der noch hinter die Borg der Hammermann hat auch auf mich geschossen aber die Bane hat mich noch verletzt oder irgendeiner oder ja ein Dreiecksmann für das Gegnerteam an die B-Waffe war auch schon mal besser du musst doch auf den Abzug drücken ach so dachte dran knabbern nee Anfängerfehler gut dass ich die kann ja jetzt bestimmt im Archiv oder auch nicht also unten nicht hier liegt schon was dann führ ich mal rein die Brianna haben sie noch kommen wir zurück Autsch 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 noch 10 Sekunden na schalte wir schluss hier Einsatz in 5 Sekunden grünes Licht für Geisel Evakuierung Schnelladung einsatzbar Nitro am Kesselfenster einer rennt Klavier rum was durch Scan entdeckt wo hat die das jetzt hingebracht da das letzte war glaube ich Ella ne Jäger auf jeden Fall ist ja einer beim Automaten Brianna tot Automats da kommt's hoch wie das bei der Ella Biografie steht dass Frau Frost einfach nix langweilt und diese blau und grünhaarigen stellen sich gegen Autoritäten auf Sorgen für einen Aufstand für Reibereien so sind sie und bis zum nächsten Mal macht's gut und tschüss die geht bis zum nächsten Mal Vielen Dank.